Das sind die Party Hits von EXPLODE, drei Stück Tischfeuerwerk mit dem Glückspilz, Los geht's und Party Fieber. Einmal die Rückseite. Preis und wo gekauft in der Beschreibung. Fangen wir an mit Los geht's. Darin war großes silbernes Konfetti. Diese wunderschöne Gans. Und das Jahresende ist kein Ende und kein Anfang, sondern ein Weiterleben mit der Weisheit, die uns die Erfahrung gelehrt hat. Kennen wir schon. Als nächstes dann Party Fieber. Da drin war buntes, hauptsächlich goldenes, aber auch buntes Konfetti. Ein fetter Käfer. Und Erfolg ist zu erreichen, was man sich wünscht. Glück ist, sich zu wünschen, was man erreicht. Und zu guter Letzt der Glückspilz. Nochmal so ein fetter Käfer, diesmal in rosa. Und es hängt von dir selbst ab, ob du das neue Jahr als Bremse oder als Motor benutzen willst. Ja, das waren die Party Hits von EXPLODE. Und zwar gerade was man überset sie mit den Bremse. Und zwar ... Ja. Und zwar ... ... ... ... ... Vielen Dank.